Servus, liebe Eishockey-Freunde! Die erste Saison mit der neuen Playdown-Regelung für die DEL 2 ist nun in den Geschichtsbüchern und wird hier und da sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Wie die neue Regelung aussieht, mein Fazit und was man vielleicht ändern könne, damit es noch ein bisschen attraktiver oder ein bisschen besser wird, das erfahrt ihr jetzt. Bevor wir richtig tief reingehen und es jetzt auch schon ein paar Wochen her ist, würde ich gerne anhand der letzten Hauptrundentabelle nochmal erklären, was die neue Playdown-Regelung überhaupt alles beinhaltet. Es kann ja natürlich auch sein, dass es noch Leute gibt, die noch nicht wirklich richtig durchgeblickt haben, was überhaupt hier Phase ist oder was geändert wurde. Die neue Regelung, und wie soll es natürlich anders sein, betrifft die letzten vier in der Hauptrunde, sozusagen die Kandidaten für die Playdowns. Das wären anhand der letzten Saison auf Platz 11 Rosenheim, auf Platz 12 Selb, auf der 13 Dresden und auf der 14 Biedeckheim. Normalerweise war es immer so, dass man in der Serie vier Siege brauchte, damit man in der Liga bleibt. Das heißt, in der ersten Runde Gewinner vier Siege, bleibt in der Liga. Der Verlierer kommt in die nächste Runde, sozusagen in die zweite Playdown-Runde und brauchte da auch vier Siege, damit man in der Liga bleibt. Und der Verlierer in der zweiten Runde ist dann abgestiegen. Mit der neuen Regelung waren die Voraussetzungen schon mal komplett anders. Bedeutet, in der ersten Playdown-Runde hat Rosenheim nur zwei Siege gebraucht. Selb hat nur drei gebraucht. Dresden und Biedeckheim brauchten beide vier in der ersten Playdown-Runde. Für die zweite Playdown-Runde wurde auch eine Anpassung vorgenommen. Bedeutet, am Beispiel von der letzten Saison, da Selb in der Hauptrunde besser platziert war, benötigten sie nur drei Siege und Biedeckheim vier Siege. Und das jetzt nochmal ganz kurz als Beispiel. Das bedeutet auch, wäre Rosenheim in die zweite Runde gekommen, hätte Rosenheim hier auch drei Siege gebraucht, nicht zwei. So, jetzt habe ich euch das alles nochmal gezeigt. Jetzt sind auch alle abgeholt, auch die, die es noch nicht wussten oder vielleicht noch nicht ganz durchgeblickt haben. Und jetzt schauen wir mal wirklich auf mein Fazit und was man vielleicht nochmal ein bisschen, so ein paar Stellschrauben, die man drehen könnte. Also erstmal halten wir wirklich mit einem Satz fest. Ich finde es prinzipiell gut, dass so eine Änderung vorgenommen wurde. Punkt. Ja, für die Playdowns zählt dasselbe wie die Playoffs. Die Besserplatzierten, also wie in dem Beispiel gerade eben, Rosenheim und Selb, hatten natürlich da das Heimrecht. Also die Besserplatzierten haben das Heimrecht, natürlich. Das ist vielleicht immer nochmal so ein kleiner Anreiz gewesen, um vielleicht höher zu kommen. Aber prinzipiell, wenn einer schon direkt in den Playdowns war, wurde sich mehr oder weniger ausgeruht. Man wusste, okay, man war in den Playdowns und da kann man jetzt nichts dran ändern, außer vielleicht das Heimrecht. Aber das klammere ich mal so ein bisschen aus. Das heißt, es gab nicht wirklich einen Anreiz, sich innerhalb der Playdowns nochmal so richtig anzustrengen. Also noch in der Hauptrunde, wenn man sicher in den Playdowns war, einfach in der Hauptrunde nochmal Vollgas geben, dass man weniger Siege benötigt, um die Liga zu halten. Und ich finde, das ist absolut nicht Sinn der Sache. Ja, okay, das hat vielleicht gerade letzte Saison nicht so ganz funktioniert für Bielekeim, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Trotzdem ist es halt einfach, es ist einfach in den Köpfen. Man weiß, okay, wir sind da unten drin, können wir nichts dran ändern. Wir rüsten jetzt für die eigentlichen Playdowns auf. Vielleicht ruhen wir uns ein bisschen aus. Ich möchte jetzt hier nichts unterstellen, aber deswegen mache ich ja auch so. Ich glaube, so ein bisschen ist es trotzdem im Kopf, dass man in der Hauptrunde nichts mehr groß bewirken kann. Und das ändert sich ja mit so einer Änderung. Und das finde ich gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Aber die Regelung sollte wirklich angepasst werden. Weil wenn ich jetzt auf Rosenheim gucke, nur zwei Siege für den 11. Platz, das finde ich ein bisschen zu krass. Da kann der Letzte eigentlich fast gar nichts mehr holen. Also fast nichts mehr. Das heißt, man könnte da maximal einen Sieg zulassen und dann muss man vier am Stück holen. Ja, okay, Dresdens Beispiel hat es vorgemacht. Die hatten einen Sieg zugelassen und haben dann vier Siege geholt. Ja, es ist möglich. Okay, muss mir keiner sagen. Aber allein diese Voraussetzungen, nur zwei Siege für den 11., ist mir ein bisschen zu wenig, muss ich zugeben. Ich finde, da sollte man vielleicht auch auf drei hochgehen. Dass man sagt, der 11. und 12. die brauchen nur drei und haben das Heimrecht. Darf man auch nie vergessen. Die haben es noch, auch wenn es jetzt kein Riesenfaktor ist. Und die letzten zwei brauchen halt vier Siege in der ersten Runde. So, kommen wir jetzt mal zur zweiten Runde. Und da würde ich auch noch eine Änderung vornehmen. Aktuell war es ja so, der Besserplatzierte in der Hauptrunde brauchte drei Siege. Und der schlechterplatzierte braucht vier Siege. Das würde ich dahingehend ändern, dass es einfach eine Best-of-Seven-Serie wird. Das heißt, wer zuerst vier Siege hat, ist durch und hat die Liga gehalten. Und da ist die Hauptrundenplatzierung egal. Das heißt, beide Mannschaften brauchen vier Siege und fertig. Ich finde es doof, weil ich könnte jetzt hier verschiedene Szenarien machen. Theoretisch macht das Sinn. Aber jetzt nur mal so von meinem Gefühl her. Warum sollte eine Mannschaft, die dann auch noch in die zweite Runde kommt, meinetwegen auch vorher schon sehr gute Voraussetzungen hatte, hatte und sie verspielt diese Voraussetzung und kommt in die zweite Runde. Warum sollte man dann da nochmal belohnt werden? Das finde ich, also so geht es vielleicht nur mir, finde ich nicht okay. Ich finde, in der ersten Runde, ja, gibt es halt Voraussetzungen, die dann besser sind, für den Hauptrunden besser platzierten. Aber in der zweiten Runde, und ich sage es jetzt mal wirklich knallhart, wer die erste Runde verkackt, warum sollte man dann in der zweiten Runde nochmal belohnt werden? Da sind dann zwei Mannschaften drin, die es nicht gebacken gekriegt haben in der ersten Runde. Dann spielt auch ein vernünftiges und faires Best-of-Seven. Der erste, der vier hat, bleibt in der Liga, der andere geht nach unten. Punkt. Was halt da auch noch mit reinspielt, ist halt auch einfach der Punkt, gerade wieder das Beispiel Rosenheim, hätten die wirklich direkt zwei Siege geholt. Das heißt, daheim gewonnen, wegen Heimrecht, und dann auswärts im Bietigheim direkt nochmal gewonnen. Dann wären das zwei Spiele gewesen, und das sind natürlich dann auch weniger Einnahmen für die Vereine. Muss man auch so mal sehen. Vorher war es immer eine Best-of-Seven, immer vier Siege wurden verlangt, fertig. Und da, ich will nicht sagen, wurde mit kalkuliert, aber das waren auf jeden Fall Einnahmen, die dann halt jetzt fehlen oder fehlen könnten, je nachdem halt, wer gewinnt. Und das wäre zwar auch mit dem, was ich jetzt gesagt habe, auch der Fall, aber man hätte auf jeden Fall nochmal, doch nochmal ein bisschen mehr. Das wäre dann vielleicht so der Mittelweg, sage ich jetzt einfach mal. Was ich gerade erzählt habe, das wäre der Mittelweg. Also ich finde es wirklich gut, dass hier was geändert wird, dass auch was geändert wurde, aber man sollte vielleicht auch so ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Ich finde, wie ich es jetzt erzählt habe, wäre es eigentlich wirklich brauchbar, gut umsetzbar, und es wären nicht zu wenige Einnahmen. Ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nur so ein kleiner Bruchteil von dem Gesamtkuchen, aber dennoch, es sind nochmal nühe mehr Einnahmen. Aber wie gesagt, aktuell ist es ein bisschen zu krass. Von daher bin ich wirklich gespannt, ob jetzt sich im Sommer was ändern wird, ob sie was anpassen oder es erstmal so beibehalten werden, oder vielleicht schaffen sie es auch komplett wieder ab und sagen, okay, alle zwei Runden sind best of seven. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinungen in die Kommentare. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil das ist wirklich so ein Thema. Vielleicht hat jemand auch irgendwas im Kopf oder ein System, was richtig gut ist, aber das wäre so der erste Gedanke, den ich hatte. Weil das, wie es jetzt angesetzt ist, ist sehr gut, wirklich sehr gut, aber nühe zu krass. Von daher, ich bin gespannt. Schreibt es gerne unten rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, egal was dir kommt. Macht's gut und ciao! Jau! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017